Herzlich Willkommen bei der AMAG Retail Autowelt Zürich. Heute alles zum Thema Safety Check. Herr Lindenmann, was versteht man unter dem Safety Check? Mit diesem Check machen wir Ihres Auto fit für die Ferien oder fit für eine grosse Fahrt im Sommer und schützen Sie so vor ungeliebten Überraschungen. Was kostet der Safety Check? Der Safety Check gilt vom 1. Juni bis 31. August und kostet statt 78 Franken nur 52 Franken. Gilt der Safety Check nur für die AMAG Modelle oder auch für die Fremdmarken? Selbstverständlich sind alle Marken bei uns ganz herzlich willkommen. Der Audi R8 zeichnet sich aus, indem er alle drei Markenwerte von Audi, Sportlichkeit, Hochwertigkeit und Progressivität, in einem Auto zusammenfasst. Der Code Octavia ist Nummer 1. Weil er einfach simple und clever ist, ein Toppreis-Leistungsverhältnis hat, verbunden mit perfekter Performance und Komfort für den Alltag. Und das Beste daran ist, die ganze Familie mit Gepäck hat auch noch Platz. Die Coupro R hat 310 PS, das Navigationssystem, gesehen und Licht, Alcantara-Sportsitz bei nur 44'900 Franken. Das ist Sondermodell Multivan Team, wo zu einem Paketpreis von 2100 Franken ein Spurwechselassistent, 17 Zoll Alufelgen, Tönti, Scheiben und elektrische Aussenspiegel beinhaltet. Jetzt auf den Sommerspezial haben wir den VE EOS, das ist ein schönes Coupé Cabriolet und als Unikat ist das einzige Auto, das integriertes Schiebedach hat, das man dann fahren kann, wenn das Wetter noch etwas durchzogen ist. Das wär's schon wieder gewesen, hier direkt aus der AMAG Retail Autowelt Zürich. Ich sage danke vielmals fürs Zuschauen, unbedingt vorbeikommen und bis bald auf diesem Kanal.